Du bist ZFA, ZMP oder DH und du suchst in Bad Nauheim oder in Umgebung einen neuen Job? Dann bist du bei uns genau richtig. Hallo, mein Name ist Dr. Mari Merck und wir suchen aktuell Verstärkung für unsere Praxis in Bad Nauheim. Als Azubi in unserer Praxis kann man viel lernen und mitnehmen. Bei uns sind jederzeit Weiterbildungen, Fortbildungen möglich, die auch finanziell unterstützt werden. Also bei uns ist es positiv, du bist immer flexibel, du hast flexible Arbeitszeiten. Mir persönlich gefällt es hier ganz gut, dass wir hier alle Aufgaben intern in unserem eigenen Dentallabor erledigen. Und generell wird dir hier nie langweilig. Außerdem ist es so, dass wir, wie gesagt, ein sehr breites Behandlungsspektrum haben, das heißt viele interessante Bereiche. Das ist die Chirurgie mit all ihren Facetten, das ist die Prothetik mit Keramik, Zerek und so weiter. Aber auch die biologische Zahnheilkunde mit den Keramikimplantaten und zum Beispiel der Alkoholbehandlung. Bei uns werden sie nicht zuschauen, sondern können sich von Anfang an voll eindringen. Klar gibt der Chef dir auch Aufgaben, die du ernst zu nehmen hast. Aber manchmal kannst du auch Späße mit ihm machen, da ist er ganz offen. Was mir besonders gut hier gefällt, ist, dass ich wertgeschätzt werde. Und generell herrscht hier in der Praxis ein freundschaftliches Arbeitsklima. Wenn du Lust hast auf ein cooles Team, dann wir bilden uns. Wir haben tolle Mitarbeiterinnen, aber leider zu wenig. Also los, bewirb dich. Wir freuen uns auf dich. Bis bald.